In diesem Video gebe ich dir 5 Dinge mit, die du im Kryptobereich beachten solltest. Fangen wir direkt an mit dem ersten Punkt und das ist die Volatilität. Kryptowährungen schwanken einfach sehr stark. Wichtig ist nur zu verstehen, dass es nicht daran liegt, dass es jetzt irgendwie Kryptowährungen sind und sie deshalb stark schwanken, sondern hauptsächlich einfach nur deshalb, weil sie noch sehr klein sind. Ja, wenn wir uns als Beispiel mal anschauen, die Marktkapitalisierung von Gold ist mehr als 10 mal so groß wie die von Bitcoin und dementsprechend schwankt Bitcoin natürlich viel stärker, weil es viel weniger Geld braucht, um den Preis von Bitcoin zu beeinflussen, als jetzt beispielsweise den von Gold. Deswegen ist Gold deutlich stabiler, was den Preis anbelangt. Und bei kleineren Kryptowährungen, die noch mal deutlich kleiner als Bitcoin sind, ist es natürlich noch mal verstärkt so. Außerdem ist es so, dass die Technologie noch sehr neu ist und deshalb noch sehr viel der Einfluss von Spekulationen und Tradern eben im Kryptomarkt ist und das hat natürlich noch mal mehr Auswirkungen auf die großen Preisschwankungen, weil dadurch, wenn sich der Preis mal in eine Richtung entwickelt, das häufig noch mal deutlich verstärkt wird, auch durch die Emotionen im Markt. Wichtig ist aber, je größer die Kryptowährungen werden und je länger das Ganze dauert und die sich etablieren, desto stabiler wird sich auch langfristig der Preis gestalten. Also diese Preisschwankungen waren beispielsweise auch, als Bitcoin noch ganz jung war, ganz neu war, waren die schon noch deutlich, deutlich stärker, als sie jetzt heute sind. Die sind heute zwar immer noch stark, aber früher waren sie noch mal deutlich stärker und das ist jetzt schon abgeflacht, dadurch, dass Bitcoin größer geworden ist. Und in Zukunft, wenn Kryptowährungen, je größer sie werden, desto stabiler wird sich auch der Preis verhalten. Wichtig ist einfach nur, dass man auf diese Volatilität eingestellt ist, dass man damit rechnet, dass es immer sein kann, dass innerhalb von ein paar Tagen das eigene Portfolio mal die Hälfte an Wert verlieren kann oder auch das Doppelte daran zu gewinnen. Also das ist immer möglich und darauf sollte man einfach eingestellt sein. Damit sollte man rechnen. Punkt Nummer zwei sind Scams. Leider ist auch das ein Thema, was im Kryptobereich sehr präsent ist. Das liegt zum einen daran, dass es bei so einer neuen Technologie, wo viele neue Leute einsteigen wollen, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen, dass man die leicht als Betrüger über den Tisch ziehen kann. Und zum anderen liegt es auch daran, was eigentlich ein positiver Punkt bei Kryptowährungen ist, dass nämlich die eigenen Finanzen und das eigene Geld komplett in der eigenen Verantwortung liegt. Das ist eigentlich etwas Schönes, weil eben niemand anderes Zugriff auf das Geld hat. Auch zum anderen ist es natürlich auch eine große Verantwortung, weil man eben zu 100% komplett selbstverantwortlich für sein eigenes Geld ist. Es ist eben nicht so wie bei einer Banküberweisung, wo man jetzt beispielsweise eine falsche IBAN angegeben hat, dass man die Überweisung wieder zurückholen kann, dass hauptsächlich die Bank auch für die Sicherheit des Geldes zuständig ist und wenn man jetzt beispielsweise von einer Visa-Karte was abgebucht ist, kann man das auch wieder stornieren und rückgängig machen. Das ist alles bei Kryptowährungen nicht möglich. Wenn man einmal eine Transaktion irgendwo hingeschickt hat, kommt man da nie mehr dran. Also das ist unmöglich. Und genauso ist das auch, wenn jetzt irgendjemand an die eigenen Private Keys gelangt, an die eigene Wallet oder an die 12 Wörter, an die Recovery Phrase drankommt und das Geld irgendwo anders hinschickt, gibt es keine Möglichkeit mehr an das Geld zu kommen und deswegen ist man hier komplett selbstverantwortlich. Deshalb würde ich empfehlen, nur große etablierte Plattformen verwenden, wenn man größere Summen an Kryptowährungen besitzt, die auf einer eigenen Wallet aufzubewahren und hier auch die Private Keys oder die Wörter eben sicher aufzubewahren und niemandem zu zeigen. Und wenn man jetzt irgendwo beispielsweise eine größere neue Transaktion irgendwo hinschicken möchte, kann man auch beispielsweise erstmal eine kleine Test-Transaktion hinschicken und gucken, ob die ankommt, ob alles passt und dann erst den größeren Betrag nachschicken. Grundsätzlich sollte man einfach ein bisschen vorsichtig bei dem Thema sein. Es gibt hier im Bereich, wie gesagt, leider viele Betrüger, die versuchen eben die Unwissenheit auszunutzen. Das ist aber auch bei anderen Technologien immer so gewesen. Wenn irgendwas neu ist, gibt es immer Menschen, die sich nicht so gut auskennen und dann andere Menschen, die versuchen das auszunutzen und hier irgendwie an Geld zu kommen. Ein Klassiker zum Beispiel im Kryptobereich ist, dass man eine bestimmte Summe irgendwo an eine Adresse schicken soll und die einem versprechen, das Doppelte oder Zehnfache zurückzuschicken. Das ist natürlich immer Scam, also wenn man das Geld da hinschickt, sieht man das Ganze nie wieder. Und genau, deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Wenn man Kryptowährungen irgendwo hinschickt, ist das für immer weg, man kommt nicht mehr dran. Punkt Nummer 3 sind die Emotionen. Grundsätzlich ist es völlig normal, dass Emotionen auftreten werden. Das ist bei jedem Menschen so und es ist auch absolut normal, dass wenn der Preis hochgeht, fühlt man sich gut und ärgert sich vielleicht auch, dass man nicht noch mehr gekauft hat, nicht noch mit mehr eingestiegen ist. Und wenn der Preis runtergeht, dann bekommt man Angst, dann ärgert man sich vielleicht, dass man nicht schon früher verkauft hat und bekommt dann Angst und Panik, ob das jetzt vielleicht mal, dass man vielleicht alles verliert. Also das ist völlig normal. Und wichtig ist aber nur, es ist natürlich immer einfach, im Nachhinein sich den Preis anzuschauen und zu sagen, ah, hier hätte ich kaufen müssen und hier oben hätte ich verkaufen müssen. Ja, das sieht sich immer so leicht aus, wenn man sich den Chart im Nachhinein anschaut. Fakt ist aber, dass es so gut wie niemand gemacht hat. Also so gut wie niemand hat hier unten gekauft und hat dort oben verkauft. Denn wenn das viele Leute gemacht hätten, dann sähe der Chart nämlich nicht so aus, sondern genau andersrum und sähe so aus. Und da Emotionen eben eine große Rolle in Märkten spielen, sieht ein Chart eben nie so linear aus, sondern immer irgendwie so und schwankt eben hin und her. Die zwei klassischen Emotionen, die man hier eben hat, sind einmal FOMO, also Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ja, wenn es hoch geht und der Preis immer, immer weiter steigt, bekommt man Angst, etwas zu verpassen, dass es noch weiter nach oben geht und versucht dann mit immer mehr Geld noch einzusteigen, um nicht noch weitere Preis-Moves nach oben zu verpassen. Der Gegensatz hierzu ist FUD, also steht für Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Ungewissheit und Zweifel, dass es vielleicht nicht die richtige Investitionsentscheidung ist, dass man vielleicht alles verliert. Und aus dieser Angst, wenn die Preise fallen, wird man dann eben zum Verkaufen verleitet. Das Blöde hieran ist nur, dass wenn diese Emotionen kommen, was völlig normal ist, dass sie kommen, die kommen wahrscheinlich bei jedem Menschen, dass sie zu genau den falschen Handlungen einführen. Ja, man sollte nämlich eben natürlich, wenn es extrem gerade hoch ging, nicht dann kaufen und wenn es gerade runter geht, sollte man nicht verkaufen, sondern eher kaufen. Also eigentlich genau das Gegenteil tun. Und am besten ist es deshalb, keine Investitionsentscheidungen aufgrund von Emotionen zu treffen. Was man dagegen tun kann, ist zum Beispiel einen monatlichen Sparplan erstellen oder einfach monatlich zu einem bestimmten Datum einen gewissen Betrag investieren, ganz egal, wo der Preis steht, egal, ob es gerade oben ist oder unten, man investiert jeden Monat regelmäßig eine bestimmte Summe. Und wenn man damit in der letzten, in der Vergangenheit gefahren ist, hat man immer sehr, sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Und dann lässt man sich eben auch nicht von, entkoppelt man sich so ein bisschen von diesen Emotionen, weil man sich eben nicht immer fragt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen. Nein, man geht das, man versucht erst gar nicht zu, vorherzusagen, wie sich der Preis in Zukunft entwickeln wird und ob das gerade ein guter oder schlechter Zeitpunkt ist, sondern man hat einen klaren Plan, investiert jeden Monat und damit ist man, wie gesagt, wenn man die Vergangenheit anschaut, sehr erfolgreich gefahren. Punkt Nummer 4 sind die Fundamentals. Und damit meine ich, dass man sich abgesehen, wenn man die ganze Zeit nur die Preise anschaut, auch mit der Technologie und dem Sinn von Kryptowährungen beschäftigt. Denn das hilft einem, da fällt es einem viel einfacher, Kryptowährungen langfristig zu halten, wenn man einem einfach klar ist, was für eine Technologie dahinter steckt und was für einen Wert Bitcoin und andere Kryptowährungen eigentlich bieten. Es hilft einem vor allem auch dabei, dass wenn der Preis mal stark fällt, nicht wieder alles von Grund auf zu hinterfragen. Denn nur weil der Preis mal sich halbiert, heißt es nicht, dass Bitcoin und Kryptowährungen jetzt auf einmal nutzlos sind und nichts mehr bringen und jetzt irgendwie verschwinden werden. Bitcoin und Kryptowährungen bieten uns nach wie vor die Möglichkeit, ein begrenztes digitales Geld zu verwenden, was von keinem Einzelnen kontrolliert werden kann. Und je mehr einem diese einmaligen Vorteile bewusst werden, desto einfacher fällt es einem auch, Kryptowährungen langfristig zu halten. Kommen wir noch zu unserem letzten Punkt, dem Punkt Nummer 5 und zwar Strategie. Und damit meine ich, verfolge eine klare Strategie. Leg genau fest, welches Geld möchtest du wie investieren. Welchen Anteil möchtest du beispielsweise in Bitcoin investieren? Welchen Anteil möchtest du wirklich langfristig, mehr als 5 Jahre, mehr als 10 Jahre halten? Und mit welchem Anteil möchtest du vielleicht ein bisschen mehr spekulieren, ein bisschen hin und her traden und vielleicht auch riskantere Kryptowährungen kaufen? Vielleicht sagst du dir, diesen Teil hier möchte ich jetzt vielleicht mindestens 5 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre festhalten und gar nicht anrühren, einfach nur hodeln und nicht anrühren. Und mit einem anderen kleineren Teil sagst du vielleicht, hier möchte ich wirklich spekulieren und nach neuen Projekten Ausschau halten, recherchieren und mich neu einkaufen und hier vielleicht enorme hohen Renditen erzielen, vielleicht aber auch mal Verluste. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich kann das auch total verstehen. Ich mache das auch selber gerne, nach neuen Projekten Ausschau halten. Der Kryptomarkt ist wie gesagt stark im Wandel. Es kommen ständig neue Projekte. Es gibt neue Entwicklungen bei bereits bestehenden Kryptowährungen. Das Ganze auch aktiv zu verfolgen, macht ja auch Spaß. Wichtig ist nur, dass einfach eine Strategie hinter dem gesamten Ding liegt, hinter der gesamten Investitionen und dass man so einfach eine klare Strategie verfolgt und nicht das Ganze ständig ändert und dann vielleicht irgendwelche All-In-All-Out-Moves macht, die dann vielleicht eben nicht so schlau sind. Weswegen man kann natürlich machen, was man will. Wichtig ist nur, dass hinter allem ein Plan steckt. Gut, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Thema Bitcoin oder Kryptowährungen habt, stellt sie immer gerne in den Kommentaren. Ich antworte auf alles und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.